Liquid Moly Injection Reiniger ist der Spezialist für Einspritzmotoren und die sind heute in der Mehrzahl. Wenn die Düsen verschmutzt sind, dann ist eine exakte Einspritzung nicht mehr gewährleistet. Aber auch die Verschmutzung der Einspritz- und Einlassventile verhindert oder stört den gleichmäßigen Kraftstofffluss. Nachdem der Liquid Moly Injection Reiniger seine Arbeit getan hat, ist die exakte Dosierung und die perfekte Vernebelung des Kraftstoffs wieder gewährleistet. Der Motor dreht runter und leistet mehr. Der Kraftstoffverbrauch sinkt. Dadurch sinkt auch der Schadstoffausstoß. Das alles dient unserer Umwelt. Liquid Moly für die technische und optische Wertgehaltung Ihres Autos. Alles aus einer Hand.